Musik 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 Die ist da! Los, weiter unten! Ja, ja. Ja, das führt jetzt auch etwas oben. Ich muss mir hier nicht. Ist es da noch offen? Ja, ja. Ich bin nur ein paar Meter reingegangen und das ist nicht gekocht. Das ist wirklich an erster Stelle. Oder? Das ist Holz. Das ist Holz. Ja die haben Holz hier noch. Da ist noch was. Nick. Alter geil. Da auch noch. Das ist Waffen oder Funk gewesen. Das hier ist Funk. Das hier ist ein Funk. Das war Ölkanüster. Schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Was ist das? Das sind Deckel. Und Kerzen. Was sind Kerzen? Was sind Kerzen? Nick. Das dann nehmen wir mit. Was? Speer. Oder was das ist. Das ist eine Axt du Idiot. Nein das ist keine Axt. Das ist eher so ein Feuerräumhafen oder so. Ja stimmt. Das ist glaube ich auch. Wo es jetzt was brennt ist. Oh. Ja okay und das ist zu alt. Da ist eine alte Türe noch. Das ist eine Zwischentüre gewesen. Da haben wir auch noch so ein kleinerer Raum. Das war das Vorraum. Sieht man. Ja hier wurden kontrolliert. Ja. Hier ist die Tür. Das muss ich nicht rein. Am Rand hier auch. Sieht ihr mal. Nick. Ja. Wir müssen nachts hin. Ich weiß die Lampen. Ich ziehe da die Lampen rein. Ich ziehe da die Lampen rein. Ich ziehe da die Lampen rein. Ich ziehe. Ich ziehe da die Lampen rein. Hey. Junger.